Welcome to the jungle sang einst Axel Rose die Atzen sangen ballern. Damen einst der Turnerschaft auf der Last Christmas Welle unterwegs. Ungeschlagen und hungrig nach Turn, Karten und zwei Minuten straffen in einer Zeit der Besinnlichkeit. Kein Luva-Wasch-Di-Brot und kein Dibble-Abbis in der Crunch-Time. Die Trainer zeigten sich mit der Leistung sehr zufrieden. Leider hatte der Schiedsrichter Robert Duckmann keine Lust auf ein leistungsgerechtes Ergebnis und nahm in der 39-Minn eine Spielerin aus dem Geschehen mit den Worten und zeigte in Bemangelung gelber Karten gleich eine rote. Weltweite Schlagzeilen nach dem ersten Rückrundenspiel im Regionalderby. Die Frau schafft es sich einig. Bring uns endlich echte Gegner die wir zerreißen können. Aufpassen du wird die Wurzgeschlacht und der Paare geht mit der Paif in die Kerl.